Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Jetzt sind wir nicht nach Neuseeland gereist für Black Ops 6, aber haben gestern tatsächlich das allererste Mal seit über einem halben Jahr länger als zwei Stunden Call of Duty gespielt. Es waren am Ende, glaube ich, sieben oder acht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es wird morgen, am Sonntag, ein Review-Video von mir kommen, wie sich das Game anfühlt, mit all meinen Meinungen, die spare ich mir jetzt. Insgesamt kann ich aber vorab sagen, ich hatte Spaß gestern. Das Einzige, was mich wirklich, wirklich genervt hat, ist, dass wir dieses Jahr so viele Settings haben. So viele neue Settings, Einstellungen, die wir vorher gar nicht hatten, die jetzt plötzlich anders heißen. Es hat locker eine Stunde gedauert, bis ich alle Settings so hatte, wie ich sie haben wollte, damit ich so spielen kann, wie ich spielen möchte. Damit ihr euch den Aufwand spart, gibt es wie jedes Jahr von mir mein Controller-Setting-Video für euch, für die Grafik-Einstellungen, für die FPS-Einstellungen, für die Audio-Einstellungen und für die Controller. Das heißt, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir gehen durch die wichtigsten Sachen durch und ihr dürft dann wie jedes Jahr auch Feedback geben, ob da irgendwas ist, was ihr unbedingt ändern würdet oder ob euch das vielleicht sogar geholfen hat. Es ist für mich insane, wie viele Settings es dieses Jahr hier schon wieder gibt. Es ist einfach viel zu viel eigentlich und ich finde auch, es überfordert einen fast schon. Jedes Jahr switche ich zwischen 6.6, 7.7 bei den horizontalen, vertikalen Empfindlichkeiten. Ihr wisst, ich habe ja meinen nagelneuen Controller von OMGN bekommen. Ich habe hier die Horn-Effect-Sticks und bin von 7.7 auf 6.6, weil der Widerstand für mich so passte, dass ich einen runtergehen konnte. Das hier wollt ihr alles aushaben. Ihr wollt Motorikentlasten aushaben, die Steuerungsvoreinstellungen wollt ihr aushaben. Das ist alles Quatsch, das sind alles Presets, die ihr alle überhaupt nicht braucht für euer Game. Ich spiele immer mit Vertausch, das heißt ich schieße immer mit R1 und L1 und nicht mit R2 und L2. Ich habe Bumper-Sticks obendrauf, das heißt der Widerstand ist super gering. Meiner Meinung nach ist es aber, und ich spiele seit 15 Jahren so, R1, L1 für Schießen und Zielen, R2, L2 für, naja, Granatenwerfen und was auch immer bei L2 dann noch mit drauf ist. Controller-Vibration aus. Wenn ihr es anmacht, dann spielt Kampagne. Wenn ihr in einem FPS-Shooter ballert mit SBMM, wo ihr echt gut spielen müsst, damit ihr gute Runden haben könnt, wollt ihr nicht, dass während ihr auf jemanden zielt, plötzlich euer Controller anfängt zu vibrieren, eine Granate explodiert, eure Hand schüttelt. Macht es aus, es macht keinen Sinn. Mein Controller, ich habe mal geguckt, ich kann sogar bis auf 1 runtergehen. Ich habe 0 Stickdrift, kein gar nichts, deswegen linker Stick, rechter Stick ist auf 8. Das habe ich eigentlich jedes Jahr. 8 ist genau dieser Schwellwert, wo halt gar kein Input von alleine kommt. Ihr müsst bedenken, umso höher ihr diesen Wert hier setzt, das ist der tote Bereich eures Controllers jetzt gerade. Was bedeutet, wenn ihr diesen Wert jetzt habt und spielt, müsst ihr euren Stick bis mindestens hier bewegen, damit überhaupt ein Input kommt. Wenn ihr so einen Controller habt, dann kauft euch lieber einen neuen bei OMG N, weil dann ist vorbei für euch. Deswegen, guckt, wenn ihr jetzt irgendeinen Controller habt, der ein bisschen Stickdrift hat, ihr könnt durchaus ein paar Milli-Werte hochgehen. Ich würde aber sagen, alles was über 20 ist, macht euch das Spielen fast unmöglich irgendwann. Und nach oben hin offen, selbstverständlich komplett, ich will, dass der gesamte Controller-Stick, also L3 und R3, Bewegungen bis zum Ende ausführen kann. Dann linker Trigger, rechter Trigger, die könnt ihr auch noch weiter runterziehen. Dadurch, dass ich eh Bumper-Sticks habe, brauche ich die gar nicht. Das hier interessiert irgendwie immer die meisten von euch, obwohl das so richtig individuell ist und jeder, der sagt, du musst es so und so machen, ist ein Trottel. Ich habe meins runtergestuft in der externen Ansicht auf 0,8 und habe das hier im ZV auf 1,0. Hier nicht Fokus auf 0,8. Ich fühle mich wohler damit, wenn meine Empfindlichkeit niedriger ist. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich ein bisschen genauer bin. Und dieses Jahr, wo der Aim-Assist deutlich schwächer ist als sonst, ist es für mich angenehmer. Ich bin ein großer Fan davon. Die Maus- und Tastaturspieler, manche davon werden trotzdem weiterheulen und sagen, ey, wir sind jetzt nicht so stark. Obwohl er gefühlt fast gar nicht mehr da ist. Vor allem in Close-Range ist er einfach komplett weg. 0,8 ist meiner Meinung nach das Beste für mich mit meinem Controller, mit meinen Händen, damit ich ordentlich zielen kann und auch Ziele tracken kann. Wenn ihr Gamer seid, die extrem hohe Empfindlichkeiten gewohnt seid, müsst ihr eben ein hohes Spiel. Relativ easy. Es gibt hier erweiterte Zieleinstellungen. Das ist nicht ganz unwichtig. Denn wenn ihr hier mal drauf guckt, Zielreaktionskurve. Da könnt ihr euch mir anzeigen lassen. Die Skalierung will ich so lassen, wie sie ist. Ich bin Linearspieler. Schon Ewigkeiten gewesen. Das Zielstick bestimmt direkt die Zielrate. Das heißt, so viel Input, wie ich gebe, so viel zielt der Controller auch 1 zu 1. Wenn ihr Anfänger seid, steht hier, solltet ihr Standard nehmen. Mein ehrlicher Tipp, fangt direkt mit Linear an. Ihr habt das beste Handling für euren Stick. Ihr habt das beste Handling für euer Aim. Und selbst wenn ihr ganz am Anfang noch nicht 100% drauf klarkommt. Das sind Gewohnheitssachen und Lernsachen. Spielt ihr ein bisschen, gewöhnt ihr euch dran. Habt ihr euch ein bisschen dran gewöhnt, ist alles in Ordnung. Es macht für mich keinen Sinn, mit Standard zu spielen. Dynamik, ja. Bei Dynamik ist das Problem, es geht extrem schnell los mit dem Aim. Und dann verlangsamt er aber. Das heißt, man übersteuert sehr, sehr oft am Anfang. Bin ich persönlich kein großer Fan von. Und dann Übergangszeit, graduell. Gibt es keine andere Option für mich. Die Übergangszeit ist nichts anderes, wie die Empfindlichkeit vom Hüftfeuer zur Zielvorrichtung ist. Wie oft kommt es vor, dass ihr aus der Hüfte feuert und dann ins Scope geht. Macht graduell und dann habt ihr keine Kopfschmerzen. Hier kommen wir zu einem der Probleme, was ich relativ lange hatte. Mein Controller oder mein Charakter hat sich so angefühlt, als wenn er den Taktik-Sprint nicht richtig nutzen würde. Und ich saß hier im Stream und bin fast verzweifelt, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Wir haben dieses Jahr Taktik-Sprint-Hilfe. Sprint-Hilfe an und aus. Bei Gott, ich weiß nicht, warum man sowas reinbringen muss. Es verwirrt einfach nur und hilft niemanden. Wichtig, 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 Leute. Wenn ihr bei einfachen Klicken auf euren Taktik-Sprint wollt, was ihr eben machen müsst, damit ihr euren Controller nicht komplett zerfetzt, euren Finger nicht zerfetzt und ganz normal Slide-Canceln und alles machen könnt, Taktik-Sprint-Hilfe auf an. Die Taktik-Sprint-Verzögerung auf null. Ihr wollt keine Verzögerung. Es macht keinen Sinn, die drinne zu haben. Und dann Seitwärts-Sprint-Unterstützung und rückwärts beides auf an. Damit habt ihr ein von zwei Schritten gemacht, damit es mit dem Taktik-Sprint normal funktioniert. Den zweiten Schritt, zu dem kommen wir gleich in den Settings, zeige ich euch dann. Eckenblick aus. Das ist dieses, wo ihr an eine Tür rangeht und dann nur euer Kopf so durchguckt und eure Waffe und ihr so im Türspalt gucken könnt. Das bringt euch nichts. Denn auf der einen Seite habe ich gedacht, naja, ein Gegner erkennt einen dann gar nicht. Das ist aber Quatsch. Der Gegner erkennt euren ganzen Charakter genauso, als wenn ihr das nicht anhättet. Also könnt ihr es ausmachen. Tipp zum Rutschen habe ich, weil Rutschen ist damit am einfachsten. Danach halte ich für Hechtsprung. Hechtsprung nutze ich so gut wie nie. Automatisches Klettern habe ich an, stört mich nicht. Es gibt im Multiplayer kaum einen Moment, wo man aktiv wirklich klettert. Sprint-Wiederherstellung habe ich an. Rutschen verlängert den Sprint habe ich auch an. Klettern bricht Nachladen ab habe ich an. Das sind so normale Sachen. Und hier kommen wir jetzt zum zweiten Thema, was wieder wichtig ist, damit der Taktik-Sprint bei euch normal funktioniert. Und zwar hier. Taktik-Sprint-Verhalten Aktivierung. Ich habe es erst beim Laufen drücken gehabt. Und ich bin immer losgelaufen. Dann ging er in den Taktik-Sprint. Hat aufgehört. Und dann musste ich in meinen Controller reinknallen, damit er wieder in den Taktik-Sprint geht. Und das hat mich maximal abgefuckt. Und dann habe ich irgendwann beim Sprint drücken nochmal probiert. Ich weiß nicht, warum sie es auch vor allen Dingen in der Bezeichnung ändern. Denn vorher war es so, Taktik-Sprint bei einmal drücken ja, bei zweimal drücken nein. Nein, ganz einfach. Beim Sprint drücken. Ihr geht einmal ganz leicht mit dem Controller in den Sprint und er geht in den Taktik-Sprint. Das ist genau das, was ich möchte. Das heißt, wenn ihr Probleme habt, dass euer Charakter irgendwie nicht richtig losrennt, nicht richtig sprintet, probiert es mit beim Sprint drücken. Und damit habt ihr dann keine Kopfschmerzen und es funktioniert ganz normal. Das hier gebe ich euch als, ihr könnt euch einen Screenshot machen oder Video pausieren. Hier habe ich eigentlich nichts wirklich anders eingestellt. Bei mir war Panzerplattenverhalten auf eine anwenden. Ich habe auf alle gemacht. Das ist später für Warzone wahrscheinlich wichtig. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass es Panzerplatten im Multiplayer gibt. Wenn es doch welche gibt, ist es sinnvoll, wenn man sich alle geben kann, statt nur einer. Grafik. Viele von euch wollen ja möglichst viel FPS haben. Und das kommt natürlich immer darauf an, was für eine Grafikkarte ihr habt. Also ich spiele mittlerweile mit meinem 2K-Monitor. Das Ding ist ja mega geil. Den seht ihr hier. Das ist der H27. Ich habe eine 3080. Eigentlich eine sehr gute Grafikkarte. Ihr seht es hier. Ich habe gestern in 2K gestreamt. Ich spiele in 2K und habe festgestellt, dass 2K-Stream auf Twitch leider nicht so geil ist, weil Twitch einfach die Bitrate, das heißt, wie viele Bilder ich hochladen kann, nicht wirklich allzu hoch hat, weshalb ich wieder zurückgegangen bin. Ich spiele in 2K, aber stream in Full HD. Hier braucht ihr erstmal nicht allzu viel machen. Shader laden, bla bla. Nvidia Reflex an. Ihr wollt keinen Input-Delay haben. Sehr, sehr wichtig. Zieht euch auch keine Leistung. Macht es an, sobald ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt. Alles gut. Öko-Modus auf Effizienz habe ich eingestellt. Macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Ich würde es aber anhaben. Ihr seid sicherer damit. Meine eigene Bild-Wiederholungsfrequenz. Ich habe einen 165-Hertz-Monitor. Das heißt, ich schaffe 165 FPS. Wenn ihr einen 120-Hertz-Monitor habt, reicht euch, wenn ihr hier 120 einstellt. Umso höher euer Bild-Wiederhol-Limit, umso höher ist die Leistung, die euer PC braucht, damit es funktioniert. So, ist ja klar. Umso mehr Bilder er generieren soll, umso mehr Leistung zieht. Wenn ihr parallel noch Streamer seid und nur einen PC habt, das geht alles auf eure Grafikkarte, wenn ihr clever seid und über NVENC, also Nvidia-Grafikkarte, auch rendert. Deswegen, und hier außerhalb des Fokus, das ist, wenn ihr raus-tabt, wenn ihr bei Google irgendwas zwischendurch guckt, auf 30 FPS, da wollen wir nicht mit 160 FPS mein Menü im Mittagrund haben. Menü-Rinder-Auflösung auf optimal, verringerte Szenen-Auflösung leicht, hilft aber 3, 4, 5 FPS dazu zu bekommen. HDR habe ich auch. Aus, also auch aus. Bringt mir nichts, ist nicht optisch wirklich schöner, ganz im Gegenteil sogar. Weg damit, braucht ihr nicht. Hat sie erledigt. Hier, jetzt kommt es wichtig, ich habe direkt auf eigene gemacht, ich spiele Multiplayer und ich spiele kein Story-Game. Mir ist egal, ob dieses Game bildhübsch aussieht oder nicht so hübsch. Ich möchte, dass das Game Leistung hat, dass ich genug Frames habe, so, dass ich mich im Game wohlfühle. Deswegen sind meine Grafik-Settings alle relativ niedrig. Dadurch, dass ich jetzt heute auch nicht mehr in 2K streame, könnte ich sie wahrscheinlich fast alle auf Ultra machen und höre trotzdem meine FPS. Juckt mich aber nicht so sehr. Nvidia DLSS unbedingt an und auf Leistung. DLSS sorgt dafür, dass eure Leistung deutlichst erhöht wird. Ihr bekommt einen richtig guten Performance-Schub dazu. Unter keinen Umständen, wenn ihr eine 40er NVIDIA-Grafikkarte habt, macht die Frame-Generation an. Es zieht so viel Leistung. Ich habe es gestern bei so vielen Streamern gesehen, die damit Probleme hatten. Macht es weg. Euer VRAM-Skalierungsziel, umso höher euer Skalierungsziel, umso mehr VRAM, also virtueller RAM, also virtueller Speicher der Grafikkarte, wird euch für das Game freigegeben. Wenn ihr nebenbei nicht streamen, parallel nichts macht und eine gute Grafikkarte habt, setzt es auf 80, 85, 90 hoch. Ist überhaupt kein Problem. Wenn ihr das nicht habt, setzt es ruhig etwas niedriger. Das kann dann auch auf 60, 50. Ihr kriegt natürlich weniger Leistung. Ja, das stimmt. Aber, und das ist das Wichtigste, ihr könnt das Game trotzdem ruckelfrei, vernünftig spielen. Und dann bei den ganzen Einzelsettings, da brauche ich nicht durch jedes einzelne durchgehen. Tiefenschärfe habe ich aus, finde ich ganz schrecklich. Texturauflösung habe ich auch sehr gering. Wenn ihr ein richtig schönes Bild haben wollt, dann macht es hoch. Aber jedes einzelne dieser Settings kostet euch richtig viel Leistung. Und ich persönlich habe hier oben lieber 160 FPS als 80 FPS. Das ist meine persönliche Präferenz. Wenn es euch gar nicht juckt, alles in Ordnung für euch. Settings wie Schattenqualität. Unbedingt auf sehr gering. Hohe Schattenqualität zieht richtig viel Leistung. Und Screenspace-Schatten war der Grund, warum das Game in der Beta bei mir geleckt hat wie Sau. Unbedingt ausschalten. Das zieht euch so viel Leistung. Genauso wie Screenspace-Reflektionen wollt ihr definitiv absolut nicht haben. Wasserqualität, Wettereffekte. Wettereffekte ziehen auch super viel Leistung. Sind auch null notwendig. Also wenn ihr die unbedingt haben wollt, macht sie rein. Aber wie gesagt, Leistung voraussehend bei mir. Und deswegen, ihr könnt natürlich auch die Settings für eure Leistung, für die optimale Leistung einmal nehmen. Und dann Stück für Stück in der Runde vielleicht ändern, wenn ihr irgendwo doch noch eine Änderung haben wollt. Bleibt euch überlassen. Habe ich ja überhaupt keine Probleme mit. Das hier ist nur das, womit ich mich seit Jahren wohlfühle. Und so wie ich spiele, passt es einfach. Das hier sind jetzt ein paar der wichtigsten Settings überhaupt. Sichtfeld FOV 117. Bei mir ist seit Jahren 117. Es gab mal in Cold War den Bug, dass wenn man über 117 genommen hat, dass der Aim-Assist nach unten gegangen ist. Und seitdem habe ich mir gemerkt, ich mache einfach 117, falls das irgendwann wiederkommt. Ich persönlich komme gut damit zurecht, Gegner zu spotten. Umso größer der FOV, umso kleiner erscheinen die Gegner für euch. Umso größer der FOV, umso mehr von der Breite des Games seht ihr. Und ihr seht das hier als Beispiel. 120er FOV seht ihr diesen ganzen Bereich. Bei 60 FOV seht ihr nur diesen Bereich. Dadurch, dass ihr nur diesen Bereich seht, ist aber auch alles größer, was ihr dort seht. Meiner Meinung nach 117, schon seit Jahren, hat mich nicht gefällt. Könnt ihr für euch natürlich selber entscheiden wieder. Hier, ganz, ganz wichtig, wo ist es? Bewegungsunschärfe von den Waffen und von der Welt. Aus. Ich weiß nicht, warum es dieses Setting überhaupt gibt. Weder in der Kampagne ist das angenehm, noch im Multiplayer, noch in Zombies, noch sonst wo. Ihr wollt nicht, dass der Bildschirm die ganze Zeit irgendwie unscharf ist und sonstiges. Ihr wollt ein klares Bild haben. Bei mir hat das hier auf An sogar schon nach ein paar Minuten dafür gesorgt, dass mir ein bisschen übel wird. Deswegen weg damit, ist absoluter Quatsch. Kamerabewegungen minimal, beides auf so niedrig, wie ihr könnt. Mir wäre es am liebsten, wenn ich es auf 0 stellen könnte. Das ist aber leider seit Jahren nicht möglich. Und dann das allerletzte, was für euch, weil Grafik wichtig ist, invertierte Blendgranate. Ihr könnt es anmachen, dann werdet ihr nicht direkt so weiß geflasht, sondern es ist andersrum. Erst dunkel, dann weiß. Macht keinen Unterschied am Ende des Tages, außer es fuckt euch so sehr ab, dass euer ganzer Bildschirm so sofort erhält. Dann macht ihr invertiert, dann ist es ein bisschen angenehmer, würde ich sagen. Und dann eure Audio-Settings. Da gibt es tatsächlich gar nicht so viel, was ihr da irgendwie machen könnt. Ihr kennt das bei mir. Alles, was Musik-Lautstärke angeht, habe ich in Call of Duty aus. A, spiele ich sowieso eigentlich immer im Stream. Ich habe meine eigene Musik. Ich brauche die Musik in dem Game nicht. Ich brauche nichts, was mich ablenkt. Ich will, dass ich die Effekte höre. Magazinen, die nachgeladen werden. Granaten, die geworfen werden, die gezündet werden. Und spiele Gesamt-Lautstärke einfach auf 100. Das sind aber sehr persönliche Sachen. Wenn ihr sagt, ihr habt richtig Bock auf die Spielmusik-Lautstärke oder Spielmusik, macht so laut, wie ihr wollt, ist eure eigene Entscheidung am Ende. Ich spiele auf den Treyarch-Mix. Da gibt es verschiedenste Optionen, die ihr nehmen könnt, die ich anscheinend gerade nicht auswählen kann, was auch interessant ist. Okay. Ich musste auf diesen Stern klicken, damit ich was auswählen kann. Ich finde den Treyarch-Mix eigentlich in Ordnung, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe die anderen, ehrlich gesagt, aber auch noch nicht probiert. Ich habe in der Beta damit gespielt und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich höre Steps wunderbar, ich höre das Game wunderbar. Für mich gibt es gar keinen Grund, hier irgendwas anderes zu nehmen, weil es einfach 1 zu 1 passt. Und anscheinend, wenn man diesen Stern macht, kann man es nicht mehr ändern. Sehr verwirrend. Diese Hörkompensation ist das, worüber wir extra ein Video gemacht haben, mit, sollte man 20 Euro dafür zahlen oder nicht. Ihr könnt das normale Setting, das ist die universelle Einstellung, einstellen. Ich habe es gestern 2 Runden probiert und muss ganz ehrlich sagen, ich mit einer normalen Hörform, ohne Hörprobleme, habe keinen positiven Effekt festgestellt. Also ich brauche es nicht. Wenn ihr irgendwie Beeinträchtigungen oder sonstiges habt, probiert es gerne mal. Ich habe auch ein paar Kommentare gesehen, die richtig sauer wurden, dass so eine Option für 20 Euro drin ist. Und an euch muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt seit über 2 Jahren in Warzone den Sound Equalizer, der komplett umsonst ist, womit die Leute ihre Game Sound komplett schreddern und alles so einstellen, dass sie Steps auf 800 Metern hören. Da hat sich komischerweise bisher auch keiner wirklich beschwert und das können alle PC-Spieler. Also ich würde mich nicht so sehr über solche Sachen aufregen, die einen gar nicht wirklich beeinflussen. Und wenn ihr ein Tinnitus habt, letzte wichtige Sache, ich weiß, dass bei mir in der Community manche so ein Problem haben. Grüße an, manche geht raus. Stellt das mal ein. Guckt mal, ob ihr eventuell damit so ein bisschen das Problem lösen könnt, würde ich euch natürlich von Herzen gönnen. Ich habe gestern noch im Stream gesagt, dass dadurch, dass wir so viele Settings haben und die so unterschiedlich mittlerweile klingen und heißen, dass wir mit Sicherheit ein Video haben, was wahrscheinlich viel zu lang ist für ein Einstellersetting. Aber es ist wichtig und ich gönne es jedem, dass er seine besten Settings findet und deswegen bin ich der Meinung, haben wir zumindest unser Bestes getan. Ich hoffe, euch helfen die Sachen. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Game. Das gönne ich einfach jedem mit allen Problemen, die dieses Game irgendwann haben wird. Wenn es euch geholfen hat, lasst ein Like da, Leute. Lasst ein Abo da und morgen kommt mein Review zum Game und dann gucken wir weiter. Haut rein. such. Untertitelung des ZDF, 2020